so dali dann holen wir uns unten auf der wiese ein bisschen holz wir haben ja noch genug ja sehr schön dann fangen wir hier an die wachsen dann wieder nach das ist mehr oder weniger dann egal gut dann geht es gleich hier weiter ich brauche auf jeden fall noch so ein paar weiße zäune das ist mal sehr wichtig ich Das war's. Okay, voilà, jetzt haben wir's gleich. So, gut, dann sammeln wir das schnell ein. Zack, 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 zack. Sehr schön. Müssen wir schauen, ob das dann schon reicht. Boah, der Turm, er sieht so schön aus. So. Das wollte ich eigentlich nicht. So. Ah. Geht sich halt gerade nicht aus. Ein Stück kriegen wir nur zusammen. Dann werden wir hier platzieren, dann können wir hier schön rein, weil wir brauchen kein großes Grundstück. weil wir haben ja dann hier rundherum genug sachen okay hier würde ich auf jeden fall was würde ich gern so ein bisschen umkreisen wenn ich jetzt sagt wie weit verschwindet der ist es halt beruf das wird halt jetzt alles nicht gerade hätte ich eigentlich hinterher anfangen sollen sollte schon bis sie gerade sein das würde gar nicht gerade das der schnee oben irritiert auf jeden fall auch immer denn so irgendwie eingezäunt aber da ist der kommt dann hierhin nee wieso geht der nur so schief das sieht ja bekloppt aus ich habe immer einen jetzt versuche ich ihn hier so rein zu bekommen da genau sie nach oben schau ihn dir genau an so sieht cool aus so dann könnte man hier ja direkt noch einen haben wir einen Pfad noch weiß das irgendwer haben wir sowas noch da wäre ja dann fast ein Pfad noch cool wenn da einer rangehen würde müssen wir bei der Sally unten schauen ja sicher so da Achso, nein, hier nicht. Auch nicht. Das heißt, ich brauche noch mehr Bäume. Okay. So, drüben haben wir auf jeden Fall eh noch genug. Das ist jetzt die Frage. Wie bin ich da immer hinten rumgekommen? Ah, hier. So, jetzt sehe ich langsam wieder was. So, drüben. So, jetzt muss ich das. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. ok warst du mit dem können wir jetzt nach oben sorry 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 entschuldigung so da machen wir uns hier noch einen pfad einmal er ist jetzt hier kann man im Grunde sogar lassen er geht eh unten rein also von dem her ist es jetzt nicht und das das könnte man doch einfach hier so unterm Baum stellen da kann man auch was lagern ok 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 pass dann haben wir das ähm ich brauche was ist da jetzt eigentlich alles drin grundsätzlich nichts was wir hier brauchen würden so was haben wir noch überall im Haus verstreut äh schreibtisch da geht nichts am öffnen hier ok das ist alles Dekoration mehr oder weniger für drinnen da ist nichts oben können wir eventuell noch was haben nee haben wir nichts nein ich will nicht schlafen hier haben wir auch nichts ok das würde alles nach unten gehören ok warte wir haben ja so viel Platz im Endeffekt noch wie könnte man den noch nutzen das sind die Waschmaschinen Schreibtische A-ha aha hey was wollte ich nicht was geht's denn okay einmal wir haben doch hier wie macht man dem fahrt im farbe hell grauer farbe warte mal ich müsste da ja eh irgendwo einen zweiten haben da ist könnte man ja kriegt den zweiten noch dran ja verdammt da kriege ich leider den zweiten nicht mehr ran das ist so vielleicht wenn ich da jetzt drauf stelle sieht man das dann noch ja man sieht hatte ich könnte es ja auch hierhin ja dann brauche ich hier eventuell noch so büsche was Ah, den kann ich je noch mitnehmen. Sehr gut. Aber jetzt habe ich... Okay, ich habe noch einen Platz. Weißt du was? Ich mache gleich alle zwölf. So. Ah, er tut schon Probesitzen. Hm, sehr schön. Hm. 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 Oh, es gefällt mir so gut mit den Hecken zu arbeiten. Dann kann man sich da hinsetzen, man kann den genießen, die Umgebung. Ja, sieht schön aus. Sieht schön aus. Okay, so. Ich bin halt jetzt überfordert. Was könnte ich denn hier noch alles aufstellen? Den Zug könnte man derweil auch bei uns aufstellen, oder? Aha, da ist noch Unkraut, warte. Wie viele haben wir jetzt? Fünf Stück. Hier ist sonst eh nix mehr. Okay, dann ist hier eigentlich schon ziemlich voll geräumt. Tempo am Po. So, einmal und hier einmal. Sehr schön. Hier eventuell dann noch Büsche rundherum. Oder halt eben, was wir noch benötigen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob sich das einmal noch ausgeht. Nee. Haben wir noch? Hoppla. Haben wir gar nix mehr. Okay. Okay. You're good. So, jetzt holen wir die Waschmaschine nach aus. Der Rucksack ist voll. Okay. Okay. So, warte mal. Unsere Waschmaschine mit Korb können wir eigentlich auch unten abstellen. Die Waschmaschine. Die kommt. Hier hin. Dann müssen wir uns einen Korb holen. Der kommt dann unten dazu. Dann brauchen wir die Badewanne von oben. Achso, ich habe keinen Platz. Und ich kann hier ja schnell irgendwas reintun. Das sind wir nicht so. Ich habe noch Holz. Ich habe noch Holz. Warum sagt mir denn keiner, wer was? Nein, ich wollte nicht. Raus müssen wir. Ich habe noch Holz. Ich habe ja noch Holz. Ähm, dann könnte ich nämlich hier draußen noch fertig machen. Dann hauen wir uns noch über die Häuser von den Bewohnern. So. Das ist eh viel zu wenig. Ich kriege eh wahrscheinlich nur einen raus. Ah, das dachte ich mir. Aber hier so. Ohne vielleicht sogar noch ein Stück zurück. Dann könnte man hier vorne noch Blumen hinsetzen. Okay. So, ich probiere jetzt die Bänke noch irgendwie zum Ankriegen. Wir haben, ja, hier unten. Haben wir da irgendwo noch Platz für? Hier unten steht eine. Da haben wir das. Okay, warte. Wir werden eine hier unter die Bäume stellen, wenn das funktioniert. Nee, das klappt nicht. Schade. Schade, 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 schade. Ähm, wo kennt man es sonst noch? Hier ist eine Bank. Hier eventuell, hä? So, das war die zwei Sachen hier. So, schön. Da, ja. Ich glaube, das könnte hinhauen. Dann hier ist eine. Schade, dass das da bei den Bäumen nicht geht. Das wäre schon cool, ne? Hier hinten haben wir eine. Öps. Hier drinnen ist eine. Hier hinten brauchen wir keine. Okay. An der Küste vielleicht noch. Hier steht eine Bank. Und dass wir unten da noch eine dazu machen, hä? Hier so vielleicht. So. Jawohl, dann haben wir hier das mal. So, wenn wir schon hier sind, schauen wir da noch schnell, was der alles noch... Oha, der hat. Sind alle so leer noch? Da haben wir auf jeden Fall mal eine Waschmaschine für dich. Dann eine Klo-Dingste. Eine Klo-Rolle. Schreibtisch. Müssen wir schauen, was er im Schlafzimmer oben schon alles hat, warte. Na gut, hier ist eigentlich eh ziemlich eng. Sind die falschen Nachtkästchen. Aber hier unten. Er könnte. Ah, das müsste man fast so hinstellen. Dann ist halt ein Fenster. Ein Fenster verschlossen. Darf ich? Anscheinend nicht. Dann bekommt... Alter, die Wohnwand ist so schön. Hier noch ein Schreibtisch. Das Drehma. Das... Kommt hier hin. Alter, die ist so schön. Wie auch immer die gemacht hat. Wahnsinn. Okay. Goat, 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 goat. Ähm... Was haben wir eigentlich? Ja, das mit den Bewohnern. Da brauche ich Platz im Inventar. Das gehen wir vielleicht beim nächsten Mal an. Ja, goat. Dann würde ich sagen, wir beenden diesen Tag. Wir haben einiges wieder geschaffen. Bis auf das jetzt kommt... Das Handtuch. Wieso verschwindet das hier? Ähm... Nein. Mein Handtuch. Das werden wir auch unten noch hinbeziehen. Warte. Ähm... Ich habe hier ein Handtuch. Äh... Warte, 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 warte. Achso, mein Korb. Warte mal. Wo ist er denn? Äh... Ähm... Ähm... Ah, hier. Das stellen wir hier noch dran. Passt. Da, die Clue-Dings. Ah. Passt. Den Rest machen wir dann beim nächsten Mal. Dann sage ich vielen Dank, gute Nacht und wir sehen uns morgen.